Nachdenkseiten Die kritische Website Über die irritierende Schlagseite der Sprache in der wirtschaftspolitischen Debatte Ein Artikel von Albrecht Müller Über China und die Wirtschaftsbeziehungen mit diesem Land wird in diesen Tagen viel gesprochen und geschrieben. So zum Beispiel bei Statista. China hat im Jahr 2022 einen Leistungsbilanzüberschuss von etwa 417,6 Milliarden US-Dollar erzielt. Damit stieg der Leistungsbilanzüberschuss Chinas um etwa 100 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr an. Für die kommenden Jahre bis 2028 werden auch weiterhin Leistungsbilanzüberschüsse prognostiziert. In den meisten dieser Äußerungen schwingen, verursacht von der gebrauchten Sprache, Wertungen mit, die nicht berechtigt sind. Mit der Sprache, mit Begriffen wie Leistungsbilanzüberschuss oder Exportüberschuss suggerieren wir, dass die erreichten Überschüsse von Vorteil für das Land, im konkreten Fall für China sind. Das ist die allgemeine Wertung. Aber berechtigt ist diese Wertung nicht. Wenn wir nicht in Geldgrößen, wenn wir nicht in monetären Größen denken und stattdessen in realen Größen, in real terms, wie wir Ökonomen sagen, dann begreifen wir, dass die gegebene Situation die Handelspartner Chinas und nicht China besser stellt. Der Rest der Welt nutzt die von China gelieferten Waren und Dienstleistungen und liefert auch einiges, aber eben weniger. Das ist die reale Situation. Der Gebrauch des Wortes Überschüsse erweckt einen falschen Eindruck. Und unsere Sprache ist auch sonst in weitem Maße falsch geprägt. Im Jahr 1966 habe ich vor dem Arbeitskreis Gesellschaft und Theologie des evangelischen Studienwerkes Wilgist ein Referat zu diesen Problemen unseres Sprachgebrauchs gehalten. Der Text ist nicht veraltet. Aber hören Sie selbst. Das Referat trägt den Titel Über den präjudikativen Charakter der Sprache in der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Diskussion. Er ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Die Diskussion wirtschaftspolitischer Streitfragen leidet unter einer großen Bereitschaft zum vorschnellen Urteil. Wo kritische Prüfung und Analyse Not täte, findet sich häufig eine bedauerliche Neigung zur Übernahme angebotener Argumente und zu einem darauf basierenden Engagement und politische Aktion. Wo Neuerungen sinnvoll wären, lähmt eine Wand festgefügter Anschauungen die Initiative. Wo die Interessenbedingtheit eines Argumentes leicht nachweisbar wäre, stellt sich oft ein kaschierendes Vorurteil ein. In dieser Arbeit wird eine Ursache dieser Verhärtung vorgestellt und untersucht. Die folgende These und die zu ihrer Stützung angeführten Beispiele sind das Ergebnis einer längeren Zeit währenden Beobachtung von Gesprächen über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, der Beobachtung der Diskussion zwischen Parteien, Verbänden und Politikern und einiger Zeitungen. Impuls dieser Beobachtungen und bewusst eingeführtes Vorurteil meinerseits war, dass die Diskussion, die sich zwischen uns und über uns hinweg abspielt, für die politischen Entscheidungen bedeutsam und für die Gestaltung unserer Umwelt relevant sei. Es fällt auf, dass in der Diskussion um wirtschafts- und gesellschaftspolitische Fragenwörter Begriffe, Wortkombinationen verwandt werden, die manchmal sogar dominieren, die in der jeweiligen Situation beim Angesprochenen, also beim Leser, Gesprächspartner oder Hörer, eine Stellungnahme, ein Urteil oder eine Aktion hervorrufen, die der Sache nicht angemessen sind, die ein Urteil induzieren, das auf dieser Stufe der Diskussion noch gar nicht möglich sein sollte, die mögliche bzw. oft notwendige Kritik und Kontrolle überspielen und die Entwicklung der richtigen Problemstellung hemmen, die eine sonderbar gleichgerichtete Fehlorientierung erzeugen. Es wird sich zeigen lassen, dass eine solche Fehlorientierung häufig dem Interesse bestimmter Gruppen dient. Ob überwiegend die Interessen einer Gruppe gewahrt werden, müsste in einer genaueren Untersuchung geprüft werden. Einige Anhaltspunkte sprechen für diese These. Es wird also behauptet, dass der Grund für eine Reihe von Fehl- und Vorurteilen sowie für das Ausbleiben von Kritik und Kontrolle darin liegt, dass bestimmte Begriffe und Formeln auftauchen wie wirtschaftliche Freiheit, Wachstum, Arbeitsmarktspannung, Zahlungsbilanzüberschuss und anderen, deren Gebrauch und Wirkung später genauer analysiert wird. Typisch für diese Begriffe ist, dass ihr Informationsgehalt beim Angesprochenen nicht annähernd übereinstimmt mit dem, was in einer bestimmten Situation gemeint sein kann, was die Wirklichkeit abbilden könnte. Der Informationsgehalt ist oft geprägt von weit zurückliegenden Erlebnissen oder tradierten Erfahrungen wie zum Beispiel Weltwirtschaftskrise. Einige Begriffe sind übernommen von anderen Sachzusammenhängen, wobei der Informationsgehalt mit übertragen wird. Zum Beispiel Naturgesetze, wirtschaftliche Gesetze, Wachstum. Häufig ist die Diskrepanz zwischen anklingendem Gehalt und der Wirklichkeit entsprechendem Gehalt gruppengebunden. Das heißt, für eine Gruppe der Gesellschaft existiert gar keine Diskrepanz, weil für sie eine spezifische Wirklichkeit gilt. Dass eine gemeinsame Sprache gesprochen wird und dass deren Zeichen oft von allen Menschen gleich verstanden werden, ist für manche Gruppen manchmal gleichbedeutend mit Missverstehen. Diese Beobachtung gilt zum Beispiel für die Begriffe wirtschaftliche Freiheit und Arbeitsmarktspannung. Dass die skizzierten Diskrepanzen auftreten, ist eigentlich nicht verwunderlich. Begriffe werden von einzelnen Menschen oder Gruppen geprägt und von einer Gesellschaft übernommen. Das bedeutet auch, dass Vorurteile verständlich sind. Etwas weniger verständlich scheint mir zu sein, dass dabei einige Gruppen dominieren und dass damit insgesamt einseitig die Interessen dieser Gruppen gefördert werden. Nicht alle in der wirtschaftspolitischen Diskussion auftauchenden Begriffe sind von der skizzierten Art. Aber die nun zu untersuchenden Formeln spielen meines Erachtens eine große Rolle. Sie beeinflussen die politische Willensbildung wesentlich. Das gilt in Bezug auf die Gestaltung unserer Wirtschaftsordnung zum Beispiel für die Begriffe wirtschaftliche Freiheit, Freiheit des Einzelnen und freiheitliche Wirtschaftsordnung. In der Debatte um eine Verstärkung staatlicher Planung und in der Sozialisierungsdiskussion wurde den Vertretungen einer Stärkung staatlicher Kompetenz gerade auch von SPD-Kreisen entgegengehalten, dass staatliche Planung die wirtschaftliche Freiheit und die Freiheit des Einzelnen beschränken, wenn nicht sogar beseitigen würde, dass die freiheitliche Wirtschaftsordnung aufgegeben würde. Die Bedeutung des in seiner Wurzel ohnehin verschwommenen Begriffes ist vielfältig. Der damit Angesprochene wird meist, wenn auch unartikuliert, eine Reihe von Komponenten damit verbinden. Die Möglichkeit zu konsumieren, was man will, Konsumfreiheit, zu arbeiten, wo man will, freie Arbeitsplatzwahl, die ungehinderte Dispositionsbefugnis über Produktion und Investition, die Unternehmerfreiheit, allgemein die Vertragsfreiheit. Außerdem scheinen viele Menschen davon überzeugt zu sein, alle wirtschaftlichen Freiheiten seien unabdingbare Voraussetzungen jeder Freiheit. Der Begriff wirtschaftliche Freiheit besitzt damit für viele von der skizzierten Argumentation Angesprochene ein solches Gewicht, das ihnen eine Stellungnahme gegen die Beseitigung der wirtschaftlichen Freiheit, also gegen eine Intensivierung der Planung und für eine ganz bestimmte Wirtschaftsordnung gerechtfertigt und dringlich erscheint. Dem so Engagierten entgeht dabei, dass in der erwähnten Diskussion in der Regel mit wirtschaftlicher Freiheit nur die Freiheit der Disposition über Produktionsmittel, über Produktion und Investition gemeint sein kann. Für die Gruppe der Unternehmer bedeutet eine stärkere staatliche Planungskompetenz in der Tat eine Beschränkung ihrer Dispositionsmöglichkeiten. Für sie stimmt der Informationsgehalt des Begriffes wirtschaftliche Freiheit mit der Wirklichkeit überein. Ihr Urteil über eine Ausweitung staatlicher Planung ist gerechtfertigt. Für die große Gruppe der Nichtunternehmer gilt das nicht. Ihre Dispositionsmöglichkeiten werden durch eine Intensivierung staatlicher Planung oder eine Sozialisierung, die in der westlichen Diskussion gemeinten Art, nicht begrenzt. Sie können weiter konsumieren was und arbeiten wo sie wollen. Denn selten wird von den Befürwortern einer stärkeren Staatsaufsicht die Beschränkung der Konsumfreiheit oder der Arbeitsplatzwahl gefordert oder auch nur beabsichtigt. Der Gebrauch des Begriffes wirtschaftliche Freiheit in dem skizzierten Zusammenhang verführt eine große Gruppe zum übereilten Engagement ja eigentlich zu einem Urteil, das ihren eigenen Interessen zuwiderläuft. Denn verdeckt vom Gerede von der wirtschaftlichen Freiheit vollzieht sich eine Konzentration der Dispositionsbefugnisse, die die von der Disposition über Produktion und Investition ausgeschlossenen eigentlich eine Revision fordern lassen müsste. Hinter dem Gerede verbirgt sich eine Industrieorganisation, deren Organisationselemente Befehl und Gehorsam sind. Sinn dieser kurzen Analyse war es nicht, gegen die herrschenden Verhältnisse zu polemisieren. Es sollte nur gezeigt werden, wie bestimmte Termini die Verhältnisse zu verschleiern vermögen. Es wäre interessant, der Frage nachzugehen, wieso ein großer Teil der Bevölkerung der Bundesrepublik sich von der Argumentation mit der wirtschaftlichen Freiheit beeindrucken lässt. Ein Grund scheint darin zu liegen, dass man sich die verschiedenen Komponenten wirtschaftlicher Freiheit nur gemeinsam realisierbar vorzustellen vermag. Ein anderer könnte darin liegen, dass jeder Einzelne mit der Chance rechnet, selbst zu den über Produktion disponierenden aufzusteigen und damit selbst von einer durch staatliche Planung bewirkten Einschränkung der Unternehmerfreiheit negativ betroffen zu werden. Bei vielen verursacht der unsaubere Sprachgebrauch die übereilte Urteilsbildung. Um dem Hörer eine Kostprobe von der vorurteilfördernden Kraft der in der wirtschaftspolitischen Diskussion geläufigen Formel zu bieten, zitiere ich aus einem Aufsatz aus der Zeit vom 7. Mai 1965. Die Zitate sind ausgewählt, sie geben meines Erachtens aber Gesamttendenz und analytisches Niveau des Artikels wieder. Darüber hinaus können sie als typisch für die meisten Artikel im Wirtschaftsteil der Zeit gelten, der jedem etwas kritischen Ökonomen mehr und mehr zum Ärgernis wird. In dem vorliegenden Fall geht es um eine Reihe von Begriffen, die sich gemeinsam abhandeln lassen. Um Wachstum, Wachstumsrate, Volkseinkommen, Sozialprodukt, Produktion und andere. Ich zitiere. Monat für Monat tragen sie, die Gastarbeiter mit rund einer Milliarde Mark zur Schaffung des deutschen Sozialproduktes bei. Missverständlich ist schon der Ausdruck Gastarbeiter, die ausländischen Arbeitnehmer sind schließlich hier, um Geld zu verdienen und sie sind uns willkommen, weil sie helfen, unsere Produktion zu erhöhen. Je länger die deutsche Wirtschaft darauf angewiesen ist, die Spannungen am Arbeitsmarkt durch einen Rückgriff auf die Reserven anderer Länder zu mildern, desto weniger wird sich vermeiden lassen, auch nicht arbeitende Familienangehörige aufzunehmen. Soll das Wirtschaftswachstum nicht gehemmt werden, so wird, selbst wenn die Rationalisierung noch schnellere Fortschritte machen sollte, eine Ergänzung der einheimischen Arbeitskräfte durch Ausländer unentbehrlich bleiben. Wenn gesagt wird, dass das schon deshalb zweckmäßig sei, weil die ausländischen Arbeiter billiger seien, trifft das nicht zu. Sie erhalten grundsätzlich den gleichen Lohn wie ihre deutschen Kollegen. Wägt man gegeneinander ab, was für und was gegen die Beschäftigung von Ausländern spricht, so zeigt sich, dass unter den gegenwärtigen Verhältnissen die Vorteile für die Bundesrepublik größer sind als die Belastungen, die damit verbunden sind. Wir werden weiterhin versuchen müssen, Arbeitskräfte aus den unterbeschäftigten Ländern zu gewinnen, um das Wachstum unserer Wirtschaft zu sichern. Zitat Ende die Zeit. Es ist verblüffend, wie einleuchtend dies klingt. Obwohl die Argumente des Verfassers einer kritischen Analyse kaum standhalten. Mit einer Fülle scheinbar klarer Formeln wie Wachstum unserer Wirtschaft, deutsche Wirtschaft, unsere Produktion etc. gelang es dem Autor, den Eindruck zu erwecken, das Urteil über die Gastarbeiter liege auf der Hand. Wachstum ist gut, desgleichen alles, was zu unserer Produktion beiträgt, also auch die Gastarbeiter. Ich werde zu zeigen versuchen, dass eine Diskrepanz besteht zwischen dem, was die verwendeten Begriffe auszusagen vermögen, und dem, was sich der Durchschnittsleser dabei denkt. Die Gastarbeiter tragen sehr wahrscheinlich zur Erhöhung der deutschen Produktion, etwa des Bruttoinlandsproduktes, bei. Für den einzelnen Leser relevant ist aber nicht die deutsche Produktion, sondern sein Einkommen. Der gröbste noch zulässige Index des Einkommens des Durchschnittslesers und seiner Veränderung im Zeitablauf ist das Sozialprodukt pro Kopf. Dadurch die Zuwanderung der Gastarbeiter, die Zahl der Köpfe, die Anspruch auf das Inlandsprodukt haben, steigt, ändert sich nicht nur der Zähler, also die deutsche Produktion, sondern auch der Nenner. Der Verfasser hätte zumindestens beweisen müssen, dass nach Abzug des Einkommens der hinzugekommenen Gastarbeiter für den Durchschnittsdeutschen mehr übrig bleibt als vor eine Wanderung der Gastarbeiter, dass das Volkseinkommen pro Kopf steigt. Er macht gar nicht den Versuch. Er versucht auch nicht zu beweisen, dass die Gastarbeiter dazu beitragen, das Einkommen der größeren Gruppe des deutschen Volkes, das der Arbeitnehmer, zu erhöhen. Stattdessen stellt er als bedeutend heraus, dass die deutschen Arbeiter grundsätzlich den gleichen Lohn und nicht mehr erhalten wie die Gastarbeiter. Eine solche Analyse zwingt dazu, in Marx'schen Kategorien zu denken. Die Gastarbeiter werden engagiert, um den Mehrwert zu erhöhen. Was als Erhöhung der deutschen Produktion allen begrüßenswert erscheint, sind de facto zusätzliche Unternehmergewinne, Was als erhöhte Wachstumsrate jedem willkommen ist, entpuppt sich als Wachstum des Einkommens einer bestimmten Gruppe. Das Interesse, dem der Gebrauch der fragwürdigen Begriffe zu dienen hat, wird in einigen Passagen des Aufsatzes von Kunze sogar offenbar, ohne dann doch noch aufzufallen. Im dritten Zitat spricht Kunze davon, dass die Gastarbeiter zur Entspannung des Arbeitsmarktes beitrügen. Das bedeutet bei Lichtbeseen nichts anderes als eine Schwächung der Position der deutschen Arbeitnehmer und damit wahrscheinlich eine Verschlechterung ihrer Einkommenssituation. Typisch für diesen Sprachgebrauch ist die im gleichen Satz verwendete Formel deutsche Wirtschaft. Den wenigsten Lesern wird es aufgefallen sein, dass hiermit wirklich die deutsche Wirtschaft, das heißt die deutschen Unternehmer und nicht jeder schlechthin gemeint war. Denn zumindestens der deutsche Arbeitnehmer ist nicht darauf angewiesen, die Spannungen am Arbeitsmarkt durch einen Rückgriff auf die Reserven anderer Länder zu mildern, wie Kunze schreibt. Die Gründe für die Fehlinterpretation der untersuchten Begriffe sind vielfältig. Neben der bei uns verbreiteten und laufend geförderten Vorstellung von der Homogenität der Interessen, neben einem nicht auszumerzenden nationalen Pathos, spielt für einige Begriffe sicher die Tatsache eine Rolle, dass sie aus anderen Sachzusammenhängen genommen sind und von daher mit einem Informationsgehalt aufgeladen sind, der dem neuen Bereich nicht gerecht wird. Im Bereich der Natur ist Wachstum in der Tat positiv zu beurteilen. Dass dieser Begriff in der heutigen wirtschaftspolitischen Diskussion eine so gewichtige Rolle spielt, ist bedauerlich. Die Ökonomen sind dafür sicher mitverantwortlich. Eigene Produktion und Einkommenserhöhungen haben für jeden einen sichtbaren, positiven Effekt. Für jeden Einzelnen gilt das aber nicht unbedingt, wenn Sozialprodukt oder Volkseinkommen steigt. Die allgemein aufweisbare Bereitschaft vieler deutscher Bürger, Produktion und Wachstum als oberste Ziele unserer Wirtschaftspolitik anzuerkennen und diesen Zielen einiges zu opfern, lässt sich wohl auch aus der täglichen Gewohnheit mit erklären. Wie sollte man von Menschen, die 20 Jahre lang mit unerhörtem Eifer fast täglich zur Arbeit gingen und deren Denken um Produktionssteigerungen kreiste und die auch weiterhin im heutigen System gar nichts anderes können als zu arbeiten, verlangen können, ihr eigenes Tun und ihre Vergangenheit zu relativieren und als ziemlich irrelevant für sich und die Gesellschaft anzusehen. Man muss auch ehrlicherweise fragen, ob die Diskussion in der Öffentlichkeit sich überhaupt differenzierte Analysen bedienen kann. Das heißt, ob etwas weniger grobe und verfälschende Ziele wirtschaftspolitischer Aktionen überhaupt in der öffentlichen Diskussion formulierbar sind. Der Einsatz der hier untersuchten Begriffe könnte die Folge des Mangels an Information beim Großteil der Bevölkerung und einer ungenügenden Struktur des politischen Entscheidungsprozesses sein. Eine wohlwollende Interpretation würde dieses Argument wohl in den Vordergrund spielen. Ich meine, dass die Zitate aus der Zeit damit allein nicht verständlich und durchsichtig werden. In den aufgeführten Zitaten war ein Begriff aufgetaucht, der sich sehr schön zur Demonstration meiner These verwenden lässt. Arbeitsmarktspannungen. Was würde man wohl üblicherweise darunter verstehen? Würde ein Urteil induziert? Welches? Meines Erachtens ist das Urteil fast eindeutig und immer durch das Wort Spannung vorgeprägt. Arbeitsmarktspannungen sind übel. Wir leiden unter Arbeitsmarktspannungen, dürfte eine typische Aussage sein. Die Bedeutung des Wortes Arbeitsmarktspannung ist offensichtlich geprägt von der Bedeutung des Begriffes Spannung, die dieser in anderen Zusammenhängen hat. In der Ökonomie spricht man dann von Arbeitsmarktspannung, wenn die Nachfrage nach Arbeitskräften zum herrschenden Lohn größer ist als das Angebot. Eine solche Situation wird der neutrale Beobachter ohne Beachtung anderer Umstände wie konjunkturelle Lage, Zahlungsbilanz, Situation, Preisentwicklung etc. weder mit dem Prädikat gut noch mit schlecht bezeichnen können. Der Anbieter von Arbeitskraft, der Arbeitnehmer, wird und sollte sich in der Regel darüber freuen. Der Nachfrager von Arbeitskraft, der Unternehmer, wird mit Recht auf eine Änderung der Situation hinarbeiten. Für ihn stimmt üblicher Informationsgehalt des untersuchten Begriffes mit dem seiner spezifischen Wirklichkeit gerecht werdenden Gehalt überein. Für ihn besteht keine Diskrepanz. Für wohl die meisten Anbieter auf dem Arbeitsmarkt führt die Verwendung des Terminus Arbeitsmarktspannung zu Missverstehen, zu Fehlorientierung und zu einem den eigenen Interessen zu widerlaufenden Vorurteil. Die Diskrepanz ist gruppengebunden. Die Ursache dafür, dass dieser Begriff allgemein akzeptiert wird und wohl auch allgemein im Sinne der Unternehmer, im weitesten Sinne jener, die Arbeitkräfte nachfragen, gebraucht wird, ist wahrscheinlich vielfältiger Natur. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass sich die Ökonomen der gleichen unsauberen Sprache bedienen. Dann dürfte eine Rolle gespielt haben, dass die nicht abhängig Arbeitenden in der Vergangenheit sicher in weiten Umfang Begriffe prägten. Aber auch hier könnte bedeutsam sein, dass das deutsche Volk gerne bereit ist, sich die Interessen dominanter Gruppen zu eigen zu machen, weil sich jeder billig eine Chance des Aufstiegs ausrechnet. Ich erwähnte zuvor, dass eine Arbeitsmarktspannung je nach konjunktureller Lage und Zahlungsbilanzsituation verschieden beurteilt werden kann. Auch ein neutraler Beobachter könnte in einer bestimmten Situation zum Schluss kommen, dass der Begriff mit Recht so verstanden wird, wie das üblicherweise geschieht. Dasselbe lässt sich von anderen komplex häufig gebrauchter Formeln sagen, von den Begriffen positive Zahlungsbilanz, Zahlungsbilanzüberschuss, Leistungsbilanzdefizit. Nur in ganz bestimmten Situationen ist das Urteil, das diese Formeln impliziert, zum Beispiel ein Zahlungsbilanzüberschuss sei begrüßenswert oder eine negative Leistungsbilanz sei von übel gerechtfertigt. Ein Nationalökonom könnte einen Überschuss oder ein Defizit nicht beurteilen, ohne zu wissen, wie hoch zum Beispiel die Devisenreserven des betreffenden Landes sind. Ob das betreffende Land verpflichtet ist, Kapital zu exportieren, wie sich wohl das interne Preisniveau und jenes der Handelspartner in Zukunft entwickeln wird. Für den Durchschnittsbürger sagt das mathematische Zeichen positiv und der wahrscheinlich aus der Zeit des Merkantilismus stammende Begriff Überschuss auch ohne Beachtung der Umstände genug. Die bundesrepublikanischen Zeitungen sind durchsetzt mit Erörterungen zum Thema Zahlungsbilanz. Fast alle gebrauchen die Termini im skizzierten Sinn und mit dem obligatorischen Fehlurteil. Sie gebrauchen beziehungsweise missbrauchen sie dazu, um ihren Lesern klarzumachen, wie gefährlich es sei, die Aktivität der öffentlichen Hand zu erweitern und dafür Steuern zu erhöhen. Wir opfern auf diese Weise unsere Wettbewerbsfähigkeit, wird gesagt. Die Zeitungen missbrauchen die genannten Begriffe dazu, um Lohnforderungen in scheinbar bestehende außenwirtschaftliche Schranken zu weisen. Wir zahlen die höchsten Löhne in Europa, hört man, um ständig gesellschaftspolitische Anliegen einer häufig unbegründeten strengen Regel außenwirtschaftlichen Wohlverhaltens zu unterwerfen. Es ist erstaunlich, dass es bis heute noch nicht gelungen ist, den einseitig wertenden Charakter der genannten Begriffe mithilfe einiger aufklärende Analysen zu eliminieren und zu neutralisieren. Aber offensichtlich belasten Erfahrungen so sehr unser Verstehen, dass eine Neuorientierung bisher erfolgreich blockiert wurde. Zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise, der großen Arbeitslosigkeit der 50er Jahre und während der Dollarknappheit vor und einige Zeit nach 1950 erschien eine Verbesserung der Zahlungsbilanz, ein Zahlungsbilanzüberschuss durchaus erstrebenswert. Damals war es wohl sinnvoll, die Exporte um fast jeden Preis zu erhöhen, um auf diese Weise die inländische Beschäftigung anzukurbeln. Heute sollten Exporte primär als Mittel zur Bezahlung der Importe oder darüber hinaus als Gegenposten von Kapitalexporten angesehen werden. Die häufig vorgebrachte These »Wir lebten von unseren Exporten« stammt aus Zeiten der Arbeitslosigkeit. Von unseren Exporten leben wir nur insofern, als sie für Importe gebraucht werden. Die skizzierte Exportideologie ist getragen von intensivem Denken in monetären Größen, in Geld, Gold und Devisen. Ein in Anführungszeichen unverbogener Zeitungsleser könnte nach einigen Studium zur Meinung gelangen, in der Bundesrepublik lebe man von Geld und nicht von Gütern, von Devisenschätzen und nicht von Apfelsinen. Die erwähnten Begriffe Geld, Gold, Devisen, das viel zitierte Privateigentum und die Marktwirtschaft, die Begriffe »Gesetze der Wirtschaft« oder »Wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten« und eine Reihe weiterer Formeln, deren Wirkung auf dem Glauben an solche Gesetzmäßigkeiten beruht, könnten als weitere Exempel zur Stützung der untersuchten These dienen. Bei Geld, Gold und Devisen wird offensichtlich das Urteil, das für den Einzelnen gilt, wenn er über Geld verfügt, übertragen auf die Gesamtheit. Darum sind wir so schnell bereit, unseren Devisenschatz als Symbol unseres Wohlstandes zu betrachten. Dass dieser je nach Lage der Dinge und Stellung des Betrachters sehr verschieden und keinesfalls so eindeutig beurteilt werden kann, geht in der öffentlichen Diskussion meist unter. Wie stark das Urteil über das »Institut des Privateigentums« an Produktionsmitteln beeinflusst ist von alten, überholten Vorstellungen über die Möglichkeiten des Eigentümers, über seine unbeschränkt gedachte Verfügungsmacht und seine Rechte auf Erträge, zeigte sich zuletzt bei der Diskussion um die Weber-Teilprivatisierung. Das Primat der Wirtschaftspolitik vor der Gesellschaftspolitik wird dem Bürger häufig in Anführungszeichen verständlich gemacht mit dem Hinweis auf gewisse Gesetze der Wirtschaft. Man arbeitet mit diesem Begriff, dessen Bedeutungsgehalt aus einem anderen Bereich übernommen und auf wirtschaftliche Zusammenhänge übertragen wird, dass wirtschaftliche Zusammenhänge in der Regel unsicher, gestaltbar und wandelbar sind, dass sie staatlicher Politik zugänglich sind, wird dabei vergessen. Nach dieser kurzen und oft auch etwas groben Analyse möchte ich zum Abschluss einige grundsätzliche Fragen zur Diskussion stellen. Erstens. Hat die öffentliche Diskussion überhaupt eine Chance, den Wandlungen der Gesellschaft und neuen Notwendigkeiten gerecht zu werden, wenn ihre Sprache permanent von Vergangenem geprägt ist? Was könnte man für eine ständige Umformulierung und gegen die Verhärtung der Informationsgehalte tun? Zweitens. Wenn die Sprache der wirtschaftspolitischen Diskussion der Wirklichkeit so wenig gerecht wird, ist es dann sinnvoll, politische Entscheidungen von der öffentlichen Diskussion abhängig zu machen? Drittens. Andererseits. Können die gesellschaftliche Arbeitsteilung und die politischen Entscheidungsabläufe ohne vergrübernde Sprachregelung und ohne Verkürzung der Analyse durch vorurteilsbeladene Begriffe überhaupt schnell genug und effizient funktionieren? Und viertens. Was bedeutet die Tatsache, dass die Sprache der wirtschaftspolitischen Diskussion gruppenorientiert ist, dass sie für eine bestimmte Gruppe stimmt und andere Gruppen fehlorientiert? Was also bedeutet die Tatsache für das Urteil über ein politisches System, das auf Kommunikation aller beruht und die öffentliche Meinung berücksichtigt? Wäre es angesichts dieser Erfahrung nicht sinnvoll, divergierende Begriffssysteme stärker zu pflegen, um die Verwischung gesellschaftlicher Fronten zu vermindern? Das ist allerdings dann fast nicht möglich, wenn die meinungsbildenden Medien, zum Beispiel die Zeitungen, einseitig engagiert sind. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. und die lege und die und die lege haben. Untertitelung des ZDF, 2020